Ich bin nach SwissKills gekommen, weil ich es interessant und auch unglaublich fand. Die Erfahrung, die wir hier haben, ist einfach excellent. Ich habe vom Lehrbetrieb die Möglichkeit bekommen, mich hier zu qualifizieren. Oder durch die Qualifikation zu gehen. Und mein Ziel ist einfach, möglichst viele Erfahrungen für mich und auch für den Lehrbetrieb zu sammeln. Ich denke, es hilft auch zu sehen, wie man in einer Stresssituation umgeht. Und ich denke, das ist mega wertvoll und das kann man vielleicht so im Betrieb nicht so üben. Ja, es ist natürlich cool. Es ist schön zu sehen, dass man das, was man macht, auch gut kann. Eine Bestätigung, dass es sich lohnt, sich Mühe zu geben beim Arbeiten und allgemein dran zu bleiben. Ja, es ist super gelaufen. Jetzt hat es gerade gut gewonnen. Es ist gerade etwas überwältigend. Eine super persönliche Erfahrung. Du kannst so viel lernen. Es wird dir sicher immer in Erinnerung bleiben. Ich bin ein Weihb. Ich bin ein Weihb. Ich bin ein Weihb. Ja, das ist ja immer leer. Bis zum nächsten Mal.